yo 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 liebe shisha gemeinde ich bin's wieder neues review neuer tabak es geht heute um den mit so orange den shot habe ich bekommen vom moritz lang das war in diesem großen paket video habe ich ja bei mir schon hochgeladen danke noch mal an dich moritz ja es ist schon spät meine freundin liegt neben mir und chillt ja kommen wir direkt zum geruch also der tabak riecht im zipper schöner orange hat ein bisschen was von diesen im zwei bonbons von den orangenen logisch ja frisch und fruchtig süß bisschen spritze schön erfrischend mit so sehr allgemein guter tabak alle mit so sony ich bis jetzt hatte waren top ja der schnitt ist nicht mehr viel zu erkennen aber ich zeige es trotzdem mal naja mit so typisch halt na klar grob orange war ein paar äste drin paar blattadern ja ich rauche das ganze im badger das setup habe ich nicht aufgenommen da war ich zu faul für drei club zürichkohlen ich rauche jetzt schon keine ahnung knapp 60 minuten guck gerade nebenbei fußball ja kommen wir zum rauch ja ich denke jetzt raus ok für die dauer was ich jetzt schon rauche passt das vollkommen ja zum geschmack ja also der geschmack ist die orange ist wirklich gut getroffen ist schön frisch es schmeckt ein bisschen nach diesen im zwei bonbons also nicht so wie im geruch aber trotzdem frisch fruchtig man schmeckt man schmeckt auf jeden fall das orange ist ja der tabak ist wirklich zu empfehlen kauft den euch ich rauche meine png ks schlauch und ja ich denke mal sehen wir uns im nächsten video wieder bis dahin haut rein kauf 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 kauf